Willkommen im Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum. Genießen Sie eine wohltuende Auszeit. Ob Freizeiten, Seminare, Tagungen oder Urlaub. Hier schöpfen Sie neue Kraft. Uns und den Kindern gefällt es hier in Kreling sehr gut, weil sowohl für die Kinder als auch für uns tolle Programme angeboten werden, Bibelarbeiten, eine Menge Austausch mit Leuten aus anderen Gemeinden. Und hier wird für Seelisches und Leibliches wohl sehr gut gesorgt und man kommt immer wieder gerne hierher. Ja, ich komme auch hier sehr gerne her, weil hier auch so coole Kinderstunden sind. Für Freizeit- und Seminarteilnehmer ist das geistliche Rüstzentrum immer eine Reise wert. Aber auch für Einzelgäste, Familien und Gruppen. In unseren Gästehäusern wohnen Sie in preiswerten Einzel- und Doppelzimmern. Wunschweise mit Balkon. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Unser Jugendhaus ist bestens geeignet für Konfirmandengruppen und Schulklassen. Die große Glaubenshalle bietet als Mehrzweckhalle viel Platz für Konferenzen, Festivals, Messen und Sportveranstaltungen. Neben den Veranstaltungen gibt es viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Auf dem 24 Hektar großen Gelände kann jeder Gast nach Herzenslust Sport, Spiel und Erholung finden. Mir fällt ein Kreling das gesamte Programm, das für jeden was dabei ist. Genießen Sie unsere gastliche Atmosphäre. Die Buchhandlung lädt zum Schmökern und Stöbern ein. Wir bieten einen Ort zum Auftanken und Durchatmen. Es ist eine ganz entspannte Zeit gewesen. Ausnehmend liebevoll und freundlich und zugewandt habe ich so noch nie erlebt. Schauen Sie gleich auf unsere Webseite. Hier finden Sie unsere Veranstaltungen, können sich online anmelden und unseren Freizeiten- und Urlaubskatalog herunterladen. Den Katalog senden wir Ihnen auch gerne zu. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.